recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammenspiel oder together mit dem knolle hallo und genau und wir sind auf dem damakasch server wie gehabt und wir bauen hier so schicke kathedrale die jetzt schon hier einiges an gewölbe hat da oben ist man auch hoch da ist nur erde und einigermaßen rund minecraft rund ein bisschen anders geworden so jetzt muss man hier weiter gucken dass wir das hinkriegen okay dann muss ich da hoch aber hier habe ich irgendwie was falsch gemacht glaube die säule ist da aber nee das ist ja in dem sinne richtig heute meist da unten runter ein stein da habe ich noch keinen stein das bedeutet der ist dort auf jeden fall verkehrt den ich da schon eingesetzt hatte letzte folge das ist er muss weg ja so und dann gab es hier noch was zwischen bevor ich das wieder vergesse mache ich jetzt erstmal die eine erde da weg ich will hoffen dass ich die von hier erreiche ich glaube nicht die sehe ich hier gar nicht sonst steht die eine erde die unter der decke ist oder hast du schon weg gemacht hast du schon weg gemacht alles klar dann weiß ich bescheid weil ich mal die gerade am suchen und denkst du sie haben was getrunken die ist nicht da okay da 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 ach knolle ist direkt bei mir da 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 und da und da und da muss wohl auch einer hin und dann muss auch da einer hin gut da einer und da einer so das muss alles weg damit ich mehr baumaterial habe und ist meine erde gleich auch ausgeschöpft okay ähm hm sieht gerade so aus als ob hier oh gott ich habe das schiff drücken vergessen wie immer okay ich verfolge mich immer noch so und da super gut gut so okay wenn du da oben baust dann gehe ich mal gerade unten weitermachen weil hier müssen wir noch was hochziehen ne komm ich von hier gar nicht hin wahrscheinlich oder ne ja ich war da muss steigen hier ist die säule ne ja das heißt da müssen noch zwei hin und dann kommt da auch ein fenster schon das ist die säule das okay jetzt weiß ich nicht die höhe aber das ist jetzt auch erstmal nicht entscheidend Da muss man noch einen hinmachen. Shit. Runtergefallen. Toll. Da kann ich mich aber auch mit raus. 5, 1, 2, 3, 4. Dieser Stein da, der muss, glaub ich, weg. Da ist schon das Fenster. So. Das bedeutet, da müssen wir irgendwie mit Erde arbeiten, dass wir dann da hochkommen. So, hopp, hopp, hopp. Färtchen auf Gelopp oder wie war das? Wahrscheinlich. Kennst du nicht, ne? Kinderlieder. Ups. So. Aua. Ich glaube, das ist die Säule hier, ne? Ja. Hm. Hm. Ne, ich muss von unten gucken, wo ich da hin muss. Das hat so keinen Sinn. Ja, also irgendwas ist hier vor. Oh, 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 oh. Ja, springen wir runter, ne? Tut nicht weh, oder? Ne. Ja, von hier komm ich da aber nicht dran. Dann machen wir das von hier. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Einer, zwei, drei, vier und dann kommt einer da hin. Hm. Eins, zwei, drei, drei, vier. Hm, ich seh schon, das ist auch nicht richtig. Hm. Naja. Dann muss es da hin. So. Stein eins. Hm. Zwei. Drei. Vier. Geht nicht. Super. Ah, toll, runtergefallen. So, jetzt passt's aber. Na, super. Oh. Oh, ich glaub das war das falsch. Oder? Ne, ne, ne. War schon richtig so. Oder? So, jetzt muss ich da aber hinkommen, oder? So, eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Da muss einer hin. Da muss einer hin. Super. Da klappt's nicht hin. Okay. Dann machen wir das von da aus. Okay. Da muss einer hin. So. Und. Hier muss auf jeden Fall auch noch was hin. So. Das passt schon mal. Das passt schon mal. Passt. So, einen hab ich unten, da müssten hier zwei hin. Das heißt, hier muss noch einer vor. Dann da wieder einer drauf. Und noch einer davor. Boah. Und hier waren glaub dann fünf Stück, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ich glaub ich guck's mir schon wieder an. Ich seh schon, dass das nicht unbedingt passt. Ach, der war falsch. Hm. Aua. Oh, das fand ich das vorholt. Da komm ich da jetzt rein. Da muss ich ganz hinten rum, ey. Hm. So. Oh. Ist doch falsch, sehe ich schon. Super, hat nicht geklappt. Da drüber muss noch einer. Und dann erst. Hm. Super. Links neben dir, da komm ich an den oberen nicht dran. Dann kannst du meine Luftschwebenden wegnehmen. Äh. Wie sah das denn da jetzt aus? 1 und L. Passt. Und dann. Ja. Ja. So. Eigentlich ist das bauen ja gar nicht so schwer. Immer dieselbe, immer dasselbe Muster. Ja, ne? Aber hinkriegen du es trotzdem fast nicht. Und immer wieder ist es so, dass man das nicht hinkriegt, genau. Und jetzt seh ich wieder, dass es hier dunkel ist. Ja. Und ich glaube, wir sollen hier gerade mal schlafen gehen. Ich baue mich mal da runter. Wenn ich schon genug harten Kontakt mit dem Holz hatte. die mich runtergefallen bin. So. Ich leh schon im Bettchen. Ich auch. Wunderbar. Weiter geht's. So. Hatte ich hier nicht schon mal eine Erde hingemacht, die irgendwer abgerissen hat? Hm. Nein. Und ich da besser hinkam? Also eigentlich nicht. So. Der da muss noch weg. Und da muss einer hin. Und... Geht nicht. So. Nein. Hallo, Booten. So. So. Diese müssen weg. Da müssen auch Steine hin. Ja. Super. Gut geklappt, da runter zu fallen. Hallo, Booten. So. Hier muss jetzt... So. Der... Was ist da unten? Lass mich mal gucken. Äh... Ich glaube, hier rechts muss jetzt ein Stein hin. Da. Hallo, Booten. Wieso falle ich jetzt mal runter? Und... Das ist die Inkompetenz des Bauens. Dann müsste da eigentlich ein Stein hin. Kann man nicht irgendwelche so Federbetten unten hin machen? Und? Für mich finde ich es nicht mehr schwer. Siehst du schon, wie es geht? Ja, klar. Muss da weg gehen. So? Da auch. Okay. Hallo, Boden. Das ist das... Muster. Ja, da muss irgendwie jetzt noch was hin, ne? Mhm. Das sieht aber anders aus. Ja. Sehe ich auch so. Irgendwas passt da nicht. Doch, so passt das. Echt? Doch, ja. Sah nur anders aus. Okay. Doch. Immer zwei nach oben. Ja, das passt. Wo geht's denn hier, Hoherrad? Aha, super runtergefallen. Da auf jeden Fall nicht. Da geht's runter. Mhm. Da geht's runter. Ich hab's grad wieder gemerkt. So, das ist die Kuppel. Die ist jetzt fertig auf der Seite, oder was? Ja, und auf Kopfhöhe wird ausgehöhlt. Ah, wird. Nicht ausgehöhlt. Tja. Verputt gegangen. Kannst du mal gerade gucken? Muss hier noch einer drauf, oder ist der passend hoch? Wir müssen hier schon die vier außen rum. Zähl mal gerade ab. Vier. Vier sind das, und die hier sind es? Das sind drei. Gut, das heißt... Einer muss noch. Und... So. Passt nicht. Der muss weg. Und ich hab schon wieder Hunger. Super. Und das ist das letzte Brot, was ich hatte. Na dann. Schreit das ja nach Nachschub. So. Da muss noch einer hin. Danke, das ist lieb von dir. Hast du so viel? Ja. 38 Stück gehabt. Boah, ich Steine? Da sind Steine. Nee, warte mal, das passt glaub' noch nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Das muss irgendwie... Es muss erst ein Stein, glaub' noch hier hoch. Oder? Nee, warte mal, der... Der ist auch verkehrt. Der muss weg. Hier vor muss einer noch. Erstmal... So muss das. Du stehst dann auf dem Weg. So muss das. Nee. So. Sonst kommen wir aus dem Rhythmus raus. Na, ich kann jetzt hier irgendwie nicht mehr weg. So, jetzt ist passend. Was machst du? Ja, gucken wie es aussieht. Irgendwie sieht es nicht so richtig aus. Aber es ist richtig. So, Schaufel ist auch kaputt, super. Hä? Nee, Jango, es passt da nicht. Oh Gott. Hallo, Bohnen. Irgendwann sterben wir da. Die Erde... Die Erde da muss weg. Und da muss, glaub' noch einer hin. Jetzt will ich mir das mal von oben angucken. So, die Erde da muss noch weg. Der muss auch weg. Nach meinen Berechnungen passt das. Und da muss, glaub' noch ein Stein hin, ne, oder? Da. Ja. Jetzt ist es richtig? Ich glaube ja, ne? Und da rechts das gleiche in grün. Kannst du auch noch einen hinsetzen? Oh, 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 oh. Ich seh schon, ich seh schon. Der, genau. Eins, zwei, zwei, jetzt ist es richtig. So. Ja. Gut. Wir müssen hier... Ach, da drüben ist ja eine Treppe. Nein, da wollte ich gar nicht. Einmal tiefer. Hattest du Holz gekriegt? Ja, 32 Stück, die sind schon verbaut. Okay. So, das ist alles gut. Hier fehlt noch ein. Gut, passt. Hier hast du, glaub' zu weit ausgehöhlt dann. Oh. Weil hier, hier muss die Mauer... ... noch da... So. Und da... muss... Wo hab' ich denn erst den ganzen... Ach, das ist der ganze Dreck. Ich wollte gerade fragen, wo hab' ich den ganzen Dreck hingebaut. So, passt das. Die Kuppel ist fertig. Ich glaub' die Folge ist aber auch fertig. Okay. Okay. Das sind ja schon knapp hier 20 Minuten. Ja. Okay. 19 Minuten. Das ist schon. So, damit man ungefähr weiß, wo wir lang müssen. Wir brauchen noch den Dreck ab und... Das machen wir auch noch mal dazu. Dann ist die Kuppel bereinigt, sag' ich mal. Gut. So, da haben wir... ... diesen Flügel schon zwei Seiten... ... in der Mitte zwei... ... äh, komplett, ne? Das Vorderschiff, sozusagen. Mhm. Das Mittelschiff... ... ist fertig... ... und die beiden Seitenschiffe sind auch fertig, bis auf vorne. Ich muss jetzt noch einmal... ... drei Kuppeln hin und dann der Turm vorne. So. Wie sieht das so aus? Jetzt... ... von vorne sieht man wahrscheinlich nicht viel, außer... ... mhm... ... dass es fast fertig ist. Jetzt hab' ich mir hier wieder einen falsch hingesetzt, war ja klar. Doch, von vorne sieht das schön aus. Komm' mal da rein... ... dann... ... gehen wir hier weiter... ... doch, doch, das hat was. So, hat was. Hat was. Hat was. Gut. So, erstmal hier aufsammeln. Oh, unten haben wir schon mehr Türen gekriegt, sehe ich gerade. Ja, alle fertig, oder? Nee, eine fehlt noch. Nee, eine fehlt noch. Aber... ... hier kommen wir rein. Da oben fehlt was nicht, oder? Da ist was falsch. Warte. Da oben ist was falsch. Da fehlen zwei Steine, genau so ist es. Da müssen noch zwei Steine hin, wenn du da durchguckst, zum Sonnenuntergang. Naja. Da müssen oben noch zwei Steine hin. Oh, das mach' ich schnell noch. Und oben in der Mitte... ... oder nee, da muss einer oben links nur hin. Da muss nur oben links einer hin. So. So, jetzt ist es passend. Oder? Nee, in der Mitte oben muss auch noch einer hin, sehe ich gerade, wo ich die andere Seite angucke. Oben muss auch zu in der Mitte. Genau, jetzt passt's. Gut, und dann gehen wir ins Bettchen, beziehungsweise wir beenden die Folge. Genau. Gut, okay, dann würde ich sagen... Ah nee, du bist dran. Und wir würden uns freuen, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Bis dann.